Ja, dann willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind noch immer im vergessenen Tal unterwegs und haben beim letzten Mal hier eine Truhe abgegriffen. Und ich befürchte fast, dass das der einzige Nutzen war, den dieser Weg hat. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen. Und wie es aussieht, kommen wir tatsächlich noch an eine andere Ecke. Weil die Höhle, wo wir letztes Mal waren, die schien ja nur Durchgangsstation zu sein. Soll heißen, dass wir, oder dass ich da, als wir unten am Fluss rauskam, das müsste da unten sogar gewesen sein. Irgendwie keinen Sinn darin gesehen habe und keinen anderen Weg gesehen habe. Okay, da hat die Gartenfall mal rum. In den linken Fuß. Nein. Dude. Und in den Arsch. Irgendwo ist noch einer, der uns auch bereits entdeckt hat. Müsste eigentlich... Okay, wir sind wieder versteckt und er hat die Aggro verloren. Soll mir auch recht sein. So, Le Kriegshetzer. Was hat er denn? Außer Schmerzen hat er eigentlich keine mehr. Ja, irgendwer hat auch geschrieben, ich könnte mir doch Zwergenbolzen herstellen. Ich hätte doch bestimmt noch Dwemer-Metall und Holz, ähm, Feuerholz übrig. Äh, Dwemer-Metall hätte ich tatsächlich noch wahrscheinlich irgendwo rumfliegen. Aber kein Feuerholz. Und da Feuerholz, da das ja Stahlholz ist und 38 Kilo pro, äh, Klotz wiegt, äh, habe ich keinen Bock drauf, das, äh, irgendwo zu hacken. 162 Gold. Dätrische Pfeile. Das klingt gut. Da hinten lief oder läuft noch ein Falmer auf der anderen Brücke. Ich finde das Gebiet ja tatsächlich ziemlich geil mit diesen ganzen Brücken, mit diesem ganzen, ja, diese ganze Falmer, ich nenne es mal Architektur in diesem, äh, in diesem steinigen, felsigen Gebiet Illusion verbessert. Wuhu. Wuhu. Das ist schon enorm cool. Und wieder was Neues hatten wir in der Form auch noch nicht. Also, äh, Skyrim hat da immer irgendwas Neues auf Lager. Und das ist schon ziemlich geil. Das ist ziemlich cool. Das ist auch das, was Skyrim sehr, sehr speziell macht und auch größtenteils ausmacht. Nein, nicht größtenteils, aber es ist ein, wie komme ich denn hier hoch? Wow, das war bestimmt knapp. Okay, da liegt ein Trollschädel. Ja, ja, ich bin oben. Und ein Rubin. Ja, äh, nee, irgendwie ja nicht. So, jetzt geht das hier runter. Gut, da unten. Den treffe ich eh nicht. Wir sind im Schleich mittlerweile so gut, wir sind ja fast, äh, wir haben ja fast 100 in Schleichen. Das heißt, wir sind da ja fast ausgeskillt. Das werde ich auch nicht auf legendär machen. Nein, nein, nein. Boah, wie ich wieder den, die Flugbahn so null einschätzen kann. Oh, das ist sogar ein Meister. Bäm. Das war ein Meister. Jo. Hätten wir uns wahrscheinlich ein Problem schon mal von hier aus aus dem Weg geräumt. Ich sehe es auch kommen, dass ich mich hier noch so oft verlaufen werde. Gehe ich zumindest mal von außen. Und Illusion verbessert auf 27. Okay, eine Truhe. 17 Gold, 3 Dietrich. Rest lasse ich liegen. Gut, dann ist das schon mal kein optionaler Weg. Sondern einfach nur eine optionale Truhe. Dann geht's wohl hier runter. Bin ich eigentlich in irgendeiner Art und Weise auf dem richtigen Weg. Ich hab keinen Plan. Aber trotzdem, die gehören wir hier mal lang. Hier rüber, da rüber, da runter. Hier könnten wir auch rüber. Aber wohin führt uns das? Sieht aber irgendwie schon mal nach richtigem Weg aus. Deswegen bleibe ich mal hier oben. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Wir haben auch noch die Tür quasi vor der Nase. Da hinten sind noch mehr Fallmer. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Very nice. So. Bleibt der stehen. Dafür gibt's einen in den Arsch. Und... Und... Bäm! Tipptopp. Oh. Schademeister. Oh, ich seh gerade. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ja, natürlich hab ich das richtig gesehen. Wir haben selbstverständlich immer noch Wollsungen auf der Platte gehabt. Hab ich dich jetzt schon geplündert? Ja, hab ich. Ja, und hier haben wir auf jeden Fall die richtige Höhle. 28 Gold. Das freut mich schon mal sehr, dass wir das auf Anhieb gefunden haben. Die Gletscherspalte. Oder eine Gletscherspalte. Wahrscheinlich nicht die ultimative Gletscherspalte, sondern einfach nur eine Gletscherspalte. Sollte man ja eigentlich nicht reingehen in so eine Gletscherspalte, hab ich irgendwann mal gehört. Könnte gefährlich werden. Ach, aber ist auch wieder... Gefällt mir... Der erste Blick gefällt mir schon wieder richtig gut. Wow. Und der zweite noch viel besser. Treff ich euch denn? Offenbar. Alter. Geh halt weg. Geh halt weg. Bam. Schick, schick, schick. So, Gold. 50er Gesundheitsdrank... Entschuldigung. 50er Heilungstrank, wollte ich sagen, nehmen wir mal mit. Ich bin schon wieder geneigt, hier rumzudiven. Trollfett. Brauch ich nicht. Boah, ich drück schnittig F. Buh. Hm. Oben schleichen noch ein paar rum. Ah. Wieder katastrophal die Bewegung der Gegner mit einberechnet. So. Einen hätten wir niedergestreckt. Zwei hätten wir niedergestreckt. Schießkunst auf 90. Das gefällt mir. Und die Illusion auf 28. Und da sind wir schon wieder kurz vorm nächsten Stufenaufstieg. Yay. Ähm. Ja, hier ist offenbar der richtige Weg. Wow. Das macht so ein Heiden-Spaß, schleichend durch die Gegend hier zu laufen. Hätte ich nie gedacht. Ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, mittendrin oder... Na ja, nicht mittendrin, aber vor ein paar... Ein paar hundert Folgen. Oder über hundert Folgen, äh, umzuskillen. Das war eine gute Entscheidung. Hat erstens dem Let's Play, denke ich, ganz gut getan. Und auch mir, muss ich sagen, weil es macht einen riesen Spaß. Allerdings muss man dazu sagen, es macht auch nur Solo-Spaß. Mit Begleiter finde ich einen Schleich-Charakter ziemlich nervig. Selbst wenn der Schleich... Äh, genau. Selbst wenn der Begleiter gut schleichen kann. Ich weiß, ich hätte auch mit dem, äh, mit dem... Äh, AFT-Mod das Verhalten von Serana umstellen können. Aber, äh, die steht jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwo in der Höhle rum. Ja. So ist das im Leben halt manchmal. Fülle den Wasserkrug des Initiaten. So will ich tun, da ist eine Falle. Wie wir erfolgreich entschärft werden. Da hinten sehe ich einen Kaurus. Bämms. Bämms. Der könnte daneben gehen. Nein, geht er nicht. Weil manchmal werden ja die, äh, Kill-Animationen auch ausgelöst, wenn... ...man das Ziel im Cursor hat, den Pfeil abfeuert. Wenn sich das Ziel dann bewegt, fliegt der Pfeil aber manchmal in der Animation auch vorbei. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Und das sah gerade so aus, als würde das hier auch passieren. Hier sind überall Schattenmeister. Ich glaube, wenn man hier kein Schleichcharakter ist, äh, sind das... ...ein bisschen anspruchsvollere Kämpfe. Kleinen Moment. Hossa, da musste ich mich aber kräftig räuspern. ... ... ... ... Sind wir denn irgendwie auf dem richtigen Weg? Ähm, nein. Ah, wir werden sehen. Wir werden schon irgendwo ankommen. Irgendwas werden wir schon entdecken. Tach. Hier kommst du nicht aus dem Zelt raus. Kann ich aber auch nix für... Boah! Ich hab's ja ein ganz Flinker. Na komm, na komm, na komm. Nein! Okay, wir sind... Naja. Er sieht uns halt einfach nicht. Wir sind dem Schleichen schon zu gut. Wie gesagt, ich hab ja schon gesagt, dass ich das ein wenig unlogisch finde. Bei Fallmann vielleicht nicht, weil sie blind sind. Dafür aber logischerweise ihre anderen Sinne, äh, umso besser geschärft sind. Oder umso geschärfter sind. Äh, find ich es dennoch unlogisch, wenn jemand mich nicht sieht, wenn er vor mir steht, nur weil ich knie. Das ist irgendwie so ein bisschen... Hm. Weiß nicht. Finde ich ein wenig unlogisch. Aber man soll ja bei Rollenspielen keine Logikdiskussionen anfangen. Es ist so, wie es ist. Und wir durchschreiten beim nächsten Mal diese Tür. Bis hierher sage ich danke fürs Zuschauen, ob es euch gefallen hat. Und ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!